Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Du musst ein bisschen an dir arbeiten. Das gefährdete Dreharbeiten war das, wenn du hier auf einmal Mücken tot machst. Ich weiß auch nicht, wie das ist mit dem Tierschutz. Das ist wie am See. Hier ist nichts. Hier fliegt nichts durch die Gegend. Du hast da irgendwie ein Problem mit Tieren. Drecks Viecher, ey. Scheiße. Drecks Viecher, ey. Helma. Genieß doch mal, was da vorne runter kommt. Der kleine gelbe Ball da hinten. Genieß das mal. Und denk an das, was kommt. Große Taten. Werfen die ihre Schatten voraus. Helma. Sie waren mal Stars. Ja, und tschüss. Werfen die Schatten voraus. Werfen die Schatten voraus. Schatten, die Schatten voraus. Und das geht nicht in der kohle, was da vorne kommt. Werfen die Schatten voraus. Vielen Dank.